Hallo, herzlich willkommen im Sirius Office Park im Lademannbogen. Ich bin Britta Leidl, ich bin die Center-Managerin und möchte Ihnen gerne heute unsere Lagerkapazitäten bis zu 90 Quadratmeter vorstellen. Sind Sie neugierig geworden? Ja, dann kommen Sie doch gerne mit. Das Sirius Office Center im Lademannbogen, Hummelsbüttel, verfügt über 10.000 Quadratmeter Büro- und Lagerkapazitäten sowie eine Tiefbarage. Die Lagerräume befinden sich im Untergeschoss und sind trocken und einzeln verschließbar. So, nun sind wir wieder zurück. Ich hoffe, Ihnen hat der kleine Rundgang bei uns gefallen. Die Lagerkapazitäten verfügen pro Raum über ca. 30 Quadratmeter und sind über die Tiefgarageneinfahrt zugänglich. Bei Fragen und Wünschen kontaktieren Sie mich doch gerne per E-Mail oder per Telefon und ich schicke Ihnen dann danach gerne ein unverbindliches Angebot zu. Bei weiteren Fragen bin ich natürlich auch gerne für Sie da und freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.